ich fahre mit bleiben oder ich fahre einfach mit suchte die ecke aus wie du gerne hättest ich weiß es nicht ich hoffe die herpes fahren andere seite auf jeden fall werden wir deinen vorschlag folgen zweite reihe dritte vierte tendenz fünfte reihe die gegner haben schon panzer verloren erschossen oder ich habe keine meldung gekriegt was mit ihm passiert ist das ist ein scanning das platoon dass das ist ein sechster panzer und vierer panzer und einer panzer der panter hat ihn erschossen das ist natürlich durch das leben muss man sagen ja ja soweit vorher ja willst du schon wieder mit ins getümmel stürzen ich mache den zweck her genau und jetzt kommt natürlich da keiner ich fahre zum amix hoch ich glaube ich bleibe hier oben mal stehen mache einen auf sniper ich kann ihn nicht mehr sehen ich muss vorrücken ich sehe nichts ich fahre jetzt zwischen die ok 71 kommt links brauche ich unterstützen mal ich stelle mich hier zwischen die häuser und versuche wieder zu schießen was da ja genau in die andere richtung habt ihr wo ich getrackt der schon raus versuche mal den tern 70 mitzukriegen und da unten ist er ja schon eine ganze zeit rumgefahren er hat jetzt zwei stück rausgenommen er hat so es bis voll durch ihre Panzerung. Ziel erfasst. Ziel verloren. Ich glaube, es ist das lohnt, auf den Stahl zu schieben. Ich glaube nicht. Gute Frage, ne? Also nicht von den Händen. Ich sehe, der ist gerade hinterm Haus versprungen. Mist. Wie kommt ein CDC entgegen? Ja, der hat gerade hingeguckt, aber... ...un halt darauf zu klicken. Wir haben sie böse erwischt. Ich sehe den nicht. Ja, der ist wirklich... Hinter deren Häusereihe ist er noch. Ich habe Angst, dass gleich von hinten... ...der IS-3 kommt. Da geht es sowieso voll in die Rote wieder. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Boah, ich kann auf den nicht wirken. Ich bin wahnsinnig hier, ey. Okay, die IS-3 ist vor mir. Von hinten kann ich es bekommen. Wir verlieren schon wieder hoch raus, ey. Na ja, nicht hoch raus. Doch, eigentlich schon. Ich kann mich hier irgendwie nicht wegtrauen. Nö, der Jagdpanzer kriegt gerade einen rein hier. Oh! Ferdinand. Hab mich. Benne auf. Mann, ey. Bis da ist der CDC ganz hingefahren, okay. So wird er bestimmt noch mehr rumstehen. Ich überlege, ja, Pantards M10, T-54 können schon in der Ecke sein, ne? Boah, das gibt's doch gar nicht. Den hast du wenigstens. Also auch. Ich glaube, der will nicht. Ja. Der hat auch zu viel Panzer rum. Na, da komme ich nicht durch. Da brauche ich für einen Goldladen. Benzin hat getroffen! Der ging nicht durch, ne? Boah, ja, das ist natürlich fies. Den Schaden hätte ich gerne noch mitgenommen. Ja. Hätte ihn nicht totgekriecht, aber... 185 doch, das hätte schaffen können. Machst du auch 185 Schaden, oder? Also, wenn's drauf ankommt, immer weniger. Okay. Und diese High Rolls, die man denn in Videos sieht, die mach ich so gut wie nie. Auch mit dem T-34 nicht, wenn ich denn andere sehe, die dann teilweise 50 bis 100 Schaden mehr machen, weil sie Glück hatten oder besser zielen, keine Ahnung. Ja. Ja.